Anteilnahme ausdrücken Angenommen, ein Bekannter von dir, ein Verwandter oder deine beste Freundin hat einen Verlust erlitten, dann überlegst du vielleicht, wie kannst du deine Anteilnahme ausdrücken. Letztlich ist das gar nicht so schwer. Menschen machen sich manchmal zu viele Gedanken. Die einfachste Weise, Anteilnahme auszudrücken, wäre, zum Menschen hinzugehen und ihm sagen, mein Beileid oder einfach zu sagen, mein Mitgefühl. Je nachdem, in welchen Kreisen du bist, zum Beispiel in Yoga-Kreisen sprechen wir mehr von Mitgefühl, nicht von Beileid, aber das ist eine Frage der Kreise, in der du bist. Auch in Yoga-Kreisen wäre es okay, wenn bei jemandem die Mutter oder der Vater gestorben ist oder der Partner, die Partnerin, kann man sagen, mein Beileid, mein Mitgefühl. Eventuell könntest du auch noch sagen, kann ich etwas für dich tun. Eventuell, wenn der andere anfängt zu sprechen, dann höre zu. Ansonsten, in den meisten Fällen reicht es einfach aus, mein Beileid. Am besten ist natürlich, du sagst es persönlich, du kommst vorbei. Nicht umsonst gibt es ja auch die Möglichkeit, bei einer Beerdigung zu sein und dann das Beileid bewusst auszudrücken, deine Anteilnahme auszudrücken. Du könntest auch einfach sagen, meine Anteilnahme statt Beileid und Mitgefühl. Du kannst auch sagen, ich möchte dir meine Anteilnahme auszudrücken. Du kannst auch telefonieren, du kannst auch E-Mail schicken, du kannst eine WhatsApp- oder Facebook-Message schicken. Aber E-Mail und Message und so weiter ist etwas unpersönlich. Besser, persönlicher. Und noch etwas. Viele Menschen, die einen Verlust erlitten haben, erhalten in den ersten Tagen nach dem Verlust viel Anteilnahme, viel Beileid, viel Mitgefühl. Aber vielleicht brauchen sie ein, zwei oder drei Wochen mehr Anteilnahme. Und deshalb wäre es durchaus angemessen, nach eins, zwei, drei Wochen mal nachzuhaken. Wie geht es dir? Ist bei dir alles in Ordnung? Soll ich mal vorbeikommen? Und manchmal sprudelt es aus Menschen heraus, manchmal sagen sie erst Nein. Aber wenn du eine Weile zuhörst, sind die Menschen sehr dankbar. Ja, das waren ein paar Tipps zum Thema Anteilnahme auszudrücken. Vielleicht magst du etwas ergänzen, schreib es doch in die Kommentare oder teile diese Sendung mit anderen und dann kannst du es kommentieren.